Ja wahrscheinlich ist da ein anderer Mod mit drin, weil Conker hat das Ding so abgebaut und hat eine Bienenkönigin rausbekommen. Ich pflück einfach mal hier den Apfelbobel nochmal ab. Ja, eine Bienenkönigin. Entweder heißt das Ding Hive. Hive Block. Ne, man kann es nicht bauen, sondern Apiary. Apiary kannst du machen, habe ich gesehen. Ich glaube, da war bei Palms Savilskraft dabei. Du kannst... Ach nee, ja das ist bei Palms Savilskraft, weil du kannst dir nämlich Honig machen. Ja, ja. Crack ist schon gesehen. Ja, Sachen aus Honig, das ist nicht schlecht. Honig. Ja. Ich love it Honig. Lecker Honig. Ja, aber ich glaube, das ist etwas einfacher als das an... Ne, Palms wird bestimmt ein bisschen nerviger sein. Mal sehen, mal gucken. Das andere ist einfach nur Bienen reinpacken und züchten lassen. Hm. Bist einfach die ultimativen Bombenhast da draus. Mal schauen. Leck! Mit Mäusespeck. Ich gehe wieder in meinen verfluchten Wald. Boah, ich gehe da wieder rein, ey. Da ist alles geil. Mach das. Nalge... Eagle Grass. Kann man mit Eagle Grass was machen? Dipp, 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 dipp. Ja, ist klar. Tschüss. Voll unnobisch. Du kannst keine Blume platt machen mit der Erde. Nein. Die Erde setzt sich einfach nur drauf. Da sehe ich wieder was. Was haben wir denn? Oh, Muskatseeds und Wood. Erweitern wir das Fade mal. Boah. Dann machen wir hier eine schöne Baumplantage für Äpfel und so hin. Dafür muss ich erstmal Dirt haben. Boah. Okay. Gleich erstmal Dirt-Farm gehen. Wie hieß das? Ach, Kompost war das, ne? Komm. Kompost da. Da ist er. Das Kompost kann man nicht so eine spezielle Erde machen und dadurch wachsen die Sachen schneller. Okay. Wegen. Was habe ich? Ich brauche einfach was zu essen. Nehme mal das. Dann nehme ich das. Bisschen abwechslend essen. So, was haben wir denn hier noch? Eine davon. Okay, passt schon. Mehr essen brauche ich nicht. So. Nehme ich auf jeden Fall mit. Hm? Die Nussecken. Die Nus. Die Nut. Wat mut dat mut. Das, dann war das mit Sticks dann mal komplett, ne? Ja. Okay. Ich hab zwei Kompost da gebaut. Aber was ein bisschen nervt ist, dass die Leaves jetzt so halb runter hängen. Weißt du, noch so ein bisschen pixelmäßig. Ja, aber das sieht ja nicht schlecht ausfindig. Aber nervig. So, was kann man denn da rein machen? Oh, alles. Kaka. Was ist alles? Ähm, Zapplings. Du kannst da Rottenflash rein machen. Du kannst die ganzen Blumen da rein schmeißen. Ich weiß die ganzen Blumen da rein, ganz ehrlich. So, das kommt rein. Sticks kannst du auch rein schmeißen. Ja, Sticks brauchen wir ja. Aber Sticks brauchen wir. Pass auf, es kann gleich wieder lecken, weil ich im neuen Gebiet bin. Ja. Ich bin gerade nur in einem Bade, deswegen passt das. Das kommt rein, was ist das? War gar nicht von... Ja, ja, komm, weg damit erst mal. Ich muss wieder anpflanzen, das kommt da rein. Ähm... Ich glaube, Bambus kannst du auch rein schmeißen. Ja, kann man. Und davon haben wir gerade genug. Davon haben wir so ein paar Stacks. Ein paar. War einiges von. Deswegen würde ich mal sagen, dass ich die erst mal reinschmeiße. Ich lasse aber welche übrig, dass wir die anpflanzen. Ja, hinten in dem Einwald ist massenweise von dem Zeug. Esper-Bambu. So, das alles, was wir nicht brauchen, wird kompostiert. Dann werde ich, wenn ich die ganzen Setzlinge nochmal abreißen, kompostärde hinsetzen, dass wir schnelle Nahrung dadurch kriegen. Boah, es knallt gerade. Material. Ja, schön ein bisschen. Grauschen. Ne, hier schön Material wieder. Schönes was zum Anbauen. So, der Komposter ist auch voll. Man hat schon mal einen Kompost drin und der noch nix, aber das wird schon. Geil, Chestnut kann ich essen. Die haben wir schon mal bei uns angebaut, weil ich hungrig bin. Wollen wir eine Kiste bauen, für extra zu kompostieren? Ja, wenn wir, kann man den da so, kann man den mit Trichter machen? Da ist ein Trichter drunter verfallen. Können wir uns auch mit Pipes machen, wenn das funktioniert. Mit den Bidcroft Pipes. Reicht ja, wenn wir die Standard Pipes machen. Deswegen. Also in dem einen Dorn, also in den Wald dahin reichen, der so dunkler ist, da muss aufpassen. Die ganzen Dornen beschädigt, da hast du auch nicht abklatschen, dann kriegst du auch Schaden von. Ja. Und Gift Schaden wahrscheinlich, ne? Nee, Gift Schaden nicht, ich kriegst du nur einen Hauchschaden. Okay. Und Schlagschaden. So, eine habe ich da noch. Ja, passt ja. So. Oh, was hängt denn da? Da muss ich hin. Du hast gucken, Tantzapfen. Ich setz die Kiste hinter den Komposter. Ja, mach ich. Für die kompostierenden Sachen. Das rein, das rein. Die Anpflanzen, die behalten wir. Die Setzlinge, das kommt da rein. Weil dann ist schon mal die Kiste etwas mehr aufgeräumt. Warte mal. Kann ich den so hinsetzen? Ja. Zack. Oh, Autosite noch eher. Nein, 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 nein. Zack. Ich habe mich hier an die Stelle genommen, wo ich ein bisschen Bambus hingesetzt habe. Dass das wachsen kann. Hallo. Oh, Tobi, hau ab. Tschüss. Tschüss, Tobi. Ich wollte... Nein, kurz. Hey, so einspucken, ne? Ich merke das auch nicht, ey. Warum sind wir hier im Channel? Und dann ungemutet vor allem. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, du. Dann muss ich ja schon wieder zurückkommen, ne? Was soll ich ein Bett bauen? Warte mal. Ich kann ein Bett bauen. Ja, gut. Fisch bauen, Kaktus. Okay. Okay. Auch nicht schlecht. Muss er eben... Ein Holz machen. So, ich könnte schlafen. Ja. Okay. Ich liege. Ja. Okay, das Bett wieder mitnehmen. Ich brauche nämlich keine Nacht. Naja. Hey, ich habe doch Shotcuts ausgestellt. Willst du mich rollen? Geh weg. So. Okay, wie viel kompostierte Erde haben wir denn? Drei Stück davon und da haben wir vier. Okay. Options Control. Äh. Hier. Also die Brains, die tue ich da rein. Oder das Fleisch, der gesagt. Maschumenpowder. Ah, was kann man mit Maschumen... Ah, Sertilizer. Okay. Maschumenpowder. Da kann man diese Pilze sammeln, die ich gerade gesammelt habe. Okay. Okay. Da muss ich... Oh, ne. Da muss ich hoch in die Bäume. Bleh. Ne. Kein Bock. Weißt du, die hängen halt über den ganzen Baum oben. Ja. Was war denn hier? Bin ich denn für einer? So. Wie viel haben wir denn hier? Fünf Stück? Da haben wir nochmal vier Stück. Wir haben neun Stück. Okay. Ich schlachte erst mal die Kühe hier hinten ab. Mhm. Ich hab gar keinen Stein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Und neun. Kann ich auch mal auf den Baum, stimmt. So. Klatsch. Mal kompostierte Erde. Das... Das... Dafür brauchen wir auch... Doch. Baum müssen wir nutzen. Baum müssen wir nicht nutzen dafür. Das ist praktisch. Dekompostierte Erde brauchen wir keine Hau. Okay. Das ist praktisch. Schauen wir mal das neun. Sieben Sachen noch. Du musst ja meinen Workbench bauen. Ne. Das ist mein Workbench-Baum. Fünf, sechs, sieben. Ich würd sagen, aber erstmal pflanzen wir halt alles kross und quer ein. Naja, dann macht man irgendwann so ein fettes Feld. Später machen wir dann sortiert. Ja. So. Da ist noch so ein komischer Pilz. Der Bambus, der wächst ganz schön schnell. Naja, deswegen, ja. Das ist krank. Kannst du euch wegzübeln, wie sonst was. Mhm. Ja, Sapling, okay. Ist da nur Kohle, Kohle, Kohle? Ähm, was ist da rein? Nessen, essen. Ja, bin ich gerade auch dabei. Obwohl, von mir aus kann ich auch verrecken. Ich bin ja hier in der Nähe. Ja, du ja. Ich leider nicht. Hätte ich auch gerade keine Probleme mit. Was hast du da gepflanzt? Pumpkin? Ja, irgendwo ein bisschen auseinander gepflanzt. Ich weiß gar nicht, wie das mit kompostierter Erde läuft. Ich glaube, die wachsen genauso gut dann. Ach ja, ich wollte mir ja eine Schaufel machen. Stimmt ja. Schufel. Da war ja was. Schaufel. Ich komme nicht mehr dort. Und dann passt das gut, weil ich hier dann neben Platz machen kann auch. Bean Hive. Scheißblöden Gackbüschi. 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 Chestnut haben wir schon bei uns zwei Wäume. Können wir später ein paar mehr machen. Dann mache ich mal zum Höhneingang. Den Platz mal ein bisschen frei. Wo wir die schöne Mine drunter haben. So schönes, das weiß ich noch nicht. Ja, kleines wie wahrscheinlich eher. Geht schon weiter nach hinten raus. War ja ein bisschen weiter unten. Hm? Ja, ich war schon gerade ein bisschen drinnen. Ja, ich auch. Okay, dann machen wir das Loch hier mal zu. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit dem Wasser ist. Ob man wirklich Wasser für die kompostierte Erde auch braucht oder nicht. Keine Ahnung. Wie wirst du denn da rausfahren, wenn es nicht funktioniert? Hm? Wie wirst du denn da rausfinden, wenn es nicht funktioniert? Ja, ja, klar. Oh, Pilze für Mushroom Powder. Ich frage mich, Mushroom Powder, für was brauchst du das? Für die Mushrooms, damit die schneller wachsen. So. Wild, wild, wild. Wild, wild, wild. Was war denn hier noch? Bär wie beschissen, ne? Warte, wie nervig das ist, wie langsam du abbaust. Rote Bäume. Ähm, hier ist auch ein Mod drin, dass er die Zapflings automatisch ansetzt. Ja, wieder mit Rechtskrieg abhängt. Ja, ja. Äh, ich meint, Baum-Zapflings. Achso. Wird eigentlich echt mal was essen oder doch sterben. Danke, sterben. Damit du kein Essen verbrauchst. Eigentlich ja. Ja, weil ich bin ja hier in der Nähe und dann passt das ja. Ja. Ich springe mal durch die Gegend. Ich will Marble Leaf mitnehmen, komm, hau rein. Und dort. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gesprungen, dass ich schneller gestorben bin. Ich bin ein bisschen durch die Gegend. Nämliches Schwert. Na, ich geh schon halb normal hier durch. Das. Ja. Komm, die kann auch gleich egal. Musst du auch, wenn du nicht wirklich was zu essen hast. Aber doch, ich hab schon von ein paar, da von sechs, da von fünf, da von drei, die kann ich schon vernaschen, ne? Aber das würde ich eigentlich nicht, weil irgendwie so viel mehr nehme ich. Das ist da, das ist da. Brauche ich nur zum Einpflanzen. Genauso wie das. Die brauche ich. Das kann weg, so wie das. Das. Was ist das? Ich hab... Hä? Ich hab an, nee, ist made of all sweet. Das. Ach, daraus kann man nur Farbe übergewöhnen. Also weg damit. Pass auf die Farbe. Schnee, der so buggy ist. Ah, okay. Ja. Ja, wenn die Bäume haben diese komischen... Ja, ich sag mal jetzt die Pixel, die da zusätzlich sind, die bedecken sich auch mit Schnee und das ist dann auch pixellig. Mhm. Das halt kacke aussieht. So. Abbauen bitte. Oh, Textilgarten. Hm, Baumwolle. Yeah. Wow, sieben. Okay, quasi. Oh, das wird schön. So. Dann haben wir nochmal 13 kompostierte Erde. Ich probiere mal was. Ich setze die mal hier hin. Und dann... Ach, das ist einfach nur fertig. Also das ist schon fertig. Er, die sitzt da irgendwie dirt. Ja. Ich nehm Dörl. Äh, nee, das ist Kompost. Ich nehm Dörl. Verbinde die und dann habe ich kompostierte Erde. Okay. Ich nehm Dörl. Untertitelung des ZDF, 2020